Themenreihe FreePWX Asterisk Teil 3.1.1 VPN Client auf Android Geräten installieren Herzlich Willkommen! In diesem Video geht es um die Installation des VPN Clients auf Android Geräten, also auf Mobilgeräten. Wenn man seine Nebenstelle, sein Softphone, über das öffentliche Internet an der FreePWX registrieren will, dann hat man unter Umständen das Bedürfnis, diese Verbindung zu verschlüsseln und das macht man üblicherweise über eine VPN Verbindung. Wie man einen VPN Client auf einem Android Gerät installiert, das zeige ich Ihnen in diesem Video, denn dabei gibt es einiges zu beachten. Bleiben Sie dran, gleich geht es weiter. Was wird benötigt? Um diesen Teil umzusetzen, benötigen wir eine FreePWX, konfiguriert nach Teil 1 bis 3. Und der Teil 3.1 muss auch umgesetzt, mindestens aber durchgearbeitet sein, denn auf diesen Teil setzen wir hier auf. Wir befinden uns hier wieder im Anmeldebildschirm der FreePWX-Verwaltungsoberfläche und wir machen jetzt genau an der Stelle weiter vom Teil 3.1, an der wir das Profil heruntergeladen haben. Das heißt also, der Teil 3.1 ist so weit umgesetzt, dass der OpenVPN-Server aktiviert ist, alle notwendigen Einstellungen gemäß Teil 3.1 sind getroffen und wir sind dann im Teil 3.1, an dieser Stelle, wo wir das Profil für den OpenVPN-Client herunterladen. Und an der Stelle machen wir jetzt weiter. Dazu melde ich mich hier im User-Control-Panel an, melde mich mit derselben Nebenstelle an, wie im Teil 3.1 und gehe hier in die Einstellungen, habe hier wieder OpenVPN-Client und jetzt sehen wir denselben Bildschirm wie im Teil 3.1, wo wir an dieser Stelle die Konfiguration des OpenVPN-Clients herunterladen konnten. Alle anderen Einstellungen bis an diese Stelle im Teil 3.1 müssen gemäß Teil 3.1 getroffen worden sein. Und ganz wichtig, das Softphone oder das Hardphone, welches Sie im Teil 3.1 verwendet haben, um eine Registrierung über VPN vorzunehmen, das sollten Sie jetzt abschalten, sollten Sie vom Netz nehmen, da wir uns ja unter derselben Nebenstelle jetzt mit einem Mobiltelefon registrieren wollen und Doppelregistrierung können, Probleme bringen. So, dann laden wir die Konfiguration erstmal runter und lassen uns die hier mal anzeigen. Und jetzt ist es ganz wichtig, die muss natürlich jetzt auf das Android-Handy. Was nicht funktioniert ist, wenn Sie beispielsweise auf Ihrem Android-Gerät einen Browser öffnen, in die FreePWX-Oberfläche gehen, dort das UCP öffnen und dann einen Download vornehmen. Da haben Sie nicht alle Dateien drin. Warum, das kann ich Ihnen auch nicht erklären. Entscheidend ist, Sie müssen es erstmal auf den Desktop runterladen und diese Datei dann auf das Android-Handy übertragen. Wie man Dateien überträgt, da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Ich gehe mal davon aus, dass das jeder weiß, der ein solches Gerät besitzt. Ich mache es mir ganz einfach. Ich schicke mir das einfach per Mail auf mein Handy. So, da ist es weg. Und weiter geht es jetzt auf dem Handy. So, hier haben wir das Handy. Wir schauen als erstes mal in die E-Mails rein. Und hier sehen wir, die Mail ist da und ich speichere diese ZIP-Datei auf meinem Gerät ab. Das landet bei mir hier im Downloads-Ordner. Da schaue ich auch gleich mal rein. Da haben wir die hier und ich werde sie mal entpacken. So, und da haben wir in Client 8, in Klammern 2, haben wir jetzt hier alle Dateien drin. So, nun müssen wir als nächstes mal den OpenVPN-Client installieren. Dazu gehen wir in den Play Store und geben einfach ein OpenVPN. Da finden wir OpenVPN Connect. Das nehmen wir und sagen installieren. So, müssen wir ein paar Sekunden warten. Die Installation geht aber recht flott. Da ist sie auch schon fertig. Ich gehe gleich auf Öffnen. Und wir sehen hier denselben Bildschirm, den wir auch schon vom Desktop-Client kennen. Hier haben wir wieder die Option File und ich suche mir jetzt hier meinen Ordner Downloads aus. Da ist er. Hier habe ich meinen Client 8, in Klammern 2. Und da drin ist meine OpenVPN-Datei. Da sage ich Import und Add. Anschließend sage ich Connecte gleich. Und dann ist meine VPN-Verbindung schon hergestellt. Jetzt schaue ich nochmal ins Log rein. Hier im Log finde ich die IP-Adresse, unter der ich mich mit meinem Softphone anmelden muss. Also hier die 10.8.0.1. Und das werden wir gleich mal ausprobieren. Dazu habe ich hier meinen Calls und gebe mal ein 80 at 10.8.0.1 und mein Passwort dazu. Stelle hier TCP ein und füge das Ganze hinzu. Und wie Sie sehen, ist auch mein Softphone bereits registriert. Wie üblich wollen wir das Ganze natürlich zum Abschluss testen. Dazu habe ich hier ein weiteres Softphone, mein Phono Lite. Kurz zur Erläuterung, dieses Phono Lite ist registriert an meiner Demo FreePBX. Und hier das Softphone, welches über VPN connected ist, das ist registriert an meiner Produktionsanlage. Also an der, an unserer Firmenanlage. So, nun telefoniere ich hier von Anlage zu Anlage. Und ich werde jetzt mal von meiner produktiven Anlage direkt in meine Demo-Anlage hinein telefonieren, indem ich hier diese Nummer wähle und wir schauen mal, ob es geht und ob wir was hören. Ja, Sie hören, es klingelt erst mal. Und ich nehme den Ruf mal an. Eins. Ja. Und Sie hören auch schon über die Rückkopplung, dass aus beiden Lautsprechern was rauskommt. Die Kommunikation funktioniert also in beiden Richtungen. So, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich über ein Abo, welches Sie hinterlassen, freuen und auch über einen Daumen hoch. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Danke, Tschüss und auf Wiedersehen.